Was geht ab, Leute? Heute ist es endlich soweit. Wir reagieren auf die wirklich, die besten von den besten, von den besten Momenten in GTA 5, Leute. Und das auch noch als XXL-Folge. Wenn wir 5000 Likes schaffen, dann kommt auf jeden Fall noch die zweite oder beziehungsweise die dritte XXL-Folge. Ich hab nämlich schon mal eine XXL-Folge gemacht vor ein paar Monaten. Auch auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Abonniert gerne diesen Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 100.000, Freunde. Lasst uns die unbedingt noch diesen Monat schaffen. Es geht hier direkt los mit einer Barty, Freunde. Wow! Oh! Ähm... Ja! Nochmal vom Flugzeug und dann oben aufs FIB-Gebäude drauf. Was? Ja gut, schade, aber nicht ganz oben. Aber trotzdem, das war wirklich geisteskrank, Freunde. Jetzt mal ohne Spaß. Oh, kriegt er den geholt? Nee, wo fliegt die Rakete? Die trifft einfach den Jet. Was? Okay, mit Vollspeed jetzt und... Oh, kriegt er... Oh, nein! Oh! Hat sehr ein Glück gehabt, dass einfach... Gerade der noch im Moment... Yo! Gerade noch abgeschadet wurde, Freunde. So, jetzt hier. Mit Fullspeed. Und... Oh, nein. Oh, nein! Der Fluss! Der Fluss! Hä? Er bouncet einfach von dem Typen mit dem Motorrad ab. So, jetzt hier. Doppelkill... Oh, Doppelkill, Freunde. Nee, er hat... Doch, er hat den anderen angeschossen. Er hat einfach den Typen aus dem Auto geholt. Der fährt einfach nur ganz normal Auto und... Ja! Aussteigen! Ja, Mann! Uh! Kannst du laut sagen? Und... Alter, Schwede, hat er den aus dem Flugzeug rausgeholt. Und jetzt, das Ding fliegt ja noch weiter. Ist ja ein Sägeflugzeug, ne? Er spawnt da! Und es fliegt auf den nochmal rauf. Was? Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Wow! Alter, was? Okay, das ist der erste Platz, Freunde. Mal gucken, ob ihr den hier bekommt. Schuss! Und... Oh, wild. Ganz, ganz wild, Freunde. Das ist ganz, ganz heftig. So. Und... Mit Fullspeed hier. Oppressor. Backflip oder so. Was macht er jetzt? Hä? Er ist im Cargobob? Was? Yo! So, und jetzt nochmal boosten. Komm, nochmal boosten. Ja! Oh, er hat ihn geholt. Der arme einfach. So heftig. Ich habe weiter gesehen, wie er geholt wurde. Das wäre einfach zu wild gewesen. Oh, Doppelkill. So heftig die Ehre genommen, Mann. Und Backflip. Bäm, Alter. Boah, wie aus einem Film geschnitten, Leute. Wie aus einem Film. Cobra 11 oder so. Ohne Spaß. Oh! Der haut den einfach über... ...über das Geländer rüber. Er wurde einfach als Rampe selber benutzt. Was? Okay. Okay. So, jetzt hier. Fullspeed. Oh, was? Er hätte das niemals geschafft ohne den. Oh, komm. Oh, so ein bisschen weiter raus. Man sieht ja gar nichts. Oh! Yo! Hä? War ein... War ein... War ein... War ein Grinit noch? Was? Und jetzt geht es weiter. Jetzt kann er weiterfahren. Was war das denn gerade für eine Fahrt? Zwar ohne Spaß. Yo! Zoom! Über das Auto rüber. Einfach über das Auto rüber. Und... Ja! Tür! Hau rein! Einfach Tür weggeflogen, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. Achtung! Ja! Flugzeug! Ja! Flugzeug! Oh, ich stürze ab! Aber er hat es geschafft. Jetzt hier Titan. PC Pilot Crew schon wieder am Stütze, Leute. Erstmal einen Titan rückwärts rauffliegen lassen. Dann... Zack! Den zweiten Titan rauffliegen lassen. Kann man machen. Auf jeden Fall nicht schlecht, Alter. Das ist auf jeden Fall geisteskrank. Jetzt hier Schuss in die Luft. Und jetzt fängt er sich selber auf, oder was? Ne, da vorne ist ein Spieler. Ein Helikopter. Der hat den einfach geholt. Oh nein. Er haut ihn jetzt wahrscheinlich runter, oder? Uff! Und... Oh! Der landet auf dem Zug! Der landet einfach auf dem Zug! Hau rein! Haha! Oh mein Gott, Leute! Äh... Oh, mit Fullspeed fährt er hier die Wand hoch! Oh, Backflip! Äh! Er liebt die Vollmilz! Hä, was war das, Leute? Da, er wollte gerade runterspringen! Er hat sich mal runterspringen einfach voll weggehauen. Jetzt mal ohne Spaß. Oh! Oh! Achtung! Ach, der wurde in... Ach, der wurde in Luft abgeschossen! Ach so! Okay, jetzt hier einmal einen fetten Boost mit dem Rocket Voltic, Freunde! Oh nein! Oh mein Gott! Was? Einfach nur im Zug gelandet und kriegt er den noch geholt? Ja! Was? Erstmal nochmal abgeforzt! So, mal gucken, was macht der jetzt hier? Mit dem Deluxe, Freunde! Was? Was hab ich da gerade gesehen? Das ist der GTA-Gott! Und das ist der Drift-Gott! Gib dir den eigenen Tokio-Drift-Film! Jetzt mal ohne Spaß und rausspringen! Er steht einfach! Sein Flugzeug explodiert da und er steht einfach! Alles klar! Alles klar! So, Flint! Er überholt ihn auf halber Strecke! Oh, was? Ein 31er stand da vorne, hat ihn weggecrashed! Der eine wäre erster geworden, Alter! Und hier perfekte Formation! Und nun! Die Vogel-Taube-Kack-Attacke! Obwohl, ne! Die Taube hat was anderes in der Hand, Leute! Die Taube! LOL! Die Taube hat einfach eine Haftbombe! Absolut losgeschissen! Und BAM! Ja! Krass! Die Taube einfach auf den Jet gekackt! Jetzt hier! Einmal geht er online verlassen! Da war eine Mega-Explosion bei dem! Das war, glaube ich, ein Orbit-Strike! Ihren NPC! Einfach kurz abgehoben! LOL! Yo! Hä? Er hat einfach die Dinger da drin kaputt sogar gemacht! Ich wusste gar nicht, dass es geht! Okay, jetzt hier! Flugzeug! Fallen lassen! Vom! Dem Mount! Nicht Mount! Von der Maze-Bank! Und runter! Und jetzt hochziehen! Runterziehen! Hochziehen! Nee, runterziehen! Woah! Alter! Einfach da durch, man! Ohne Spaß, man! Not bad! Okay, was macht der jetzt? Oh! Was? Uff! Uff! Den hat er auf jeden Fall geholt! Den hat er aber sowas von geholt! Okay! Er zieht mit dem Truck und kriegt er den Jet... Woah! Er hat den Jet kaputt gemacht! Absolut Karma, weil er den abschießen wollte! Er ist halt nur die Rampung gefahren! Oh! Oh, was jetzt? Oh nein, das ist ein Helikopter! Fliegt sein... Oh mein Gott! Der hat den Helikopter weggehauen! What? Okay! Odin jetzt hier am Start! Der weiht auf jeden Fall ein paar Raketen aus! Mit dem Flare-Gunz! Woah, Bruder! Der wird einem ja schlecht! Ey! Woah! Da wird einem ja... Alter, der hat drei Raketen hinter sich! Wie schafft er das? Oh, er wurde nicht getroffen! Zwei noch! Leute! Ey! Oh, er holt die noch! Was? Oh, wenn euch auch schwindet ihr ist, dann lasst jetzt mal ein Like da, Leute! Alter Schwede, Mann! Das war ja mal... Oh! Der Arme! Der Arme einfach! Bam! Absolut abgeschossen, Mann! Oh! Der hat der ja so geholt! Yo! Und auf die Miene rauf! Holy Moly, Alter! Das ist echt zu wild, Mann! Uff! Die Musik ist auch wieder richtig geil, Leute! Und... Backflip! Und... Yo! PC-Pilot-Kuh schon wieder! Und zack! Auf den Sand Truck! Oder wieder heiß drauf, Leute! Alter Schwede, Mann! So, Super Tony! Schieß! Irgendwenn ab! Alter, der Spiel ist rausgeflogen! Oh, oh! Das ist zu weit rechts, oder? Das ist zu weit rechts! Oh, nein! Oh, oh! Oh, oh! Aussteigen! Yo! Alles klar! Alles klar! Absolut Respekt! Jetzt mal ohne Spaß! Ja, sehr gut! So, Frontflip hier! Oh, mein Gott! Yo! Wie schnell wird der? Und zack! Wieder perfekt! Weiterfliegen! Wie glatt einfach! Abre! Okay, Abre! Uff! Den hat's ja mal übel erwischt! Ah! Ja, er hat einen geholt! Mit dem Polizeiauto einfach! Kann man auch nicht so machen! Jetzt hier, Backflip! Oh! Aufpassen! Oh! Oh! Ey, das hat er denn einfach gerettet! Und jetzt mit der RPG abschließen! Yo! Karma kassiert! Aber sowas von, Leute! Aber sowas von Karma kassiert! Ja! Jetzt einfach... Oh! Helikopterabsturz! Trevor, pass auf! Wow! Trevor, aufpassen! Ey! Direkt vor dir! Wow! Ja, moin! Ey, hier schon wieder PC-Pilot-Crew, ne? Ihr seid einfach verrückt, Leute! Ihr seid einfach mega verrückt! So, und... Nochmal rum, oder was? Alter Schwede, Mann! Einfach in so einem Tandem, einfach zu dritt! Und alle gleichzeitig drehen sie um und fliegen weiter! Hä? Als würden die GTA einfach ohne Schwerkraft spielen! So sah das gerade aus! Oh! Und... Yo! Okay! Polizeirautor auf jeden Fall! Glück gehabt! Oder er hat Glück gehabt! Eins von beiden! Weil er hatte die Sterne bekommen! Yo! Und... Tschüss! Alter! Auch absolut wieder geholt, Leute! Ohne Spaß! Das ist so wild! Das ist einfach so wild! Hier mit dem Flugzeug jetzt! Auf die Maze-Bank kann er... Nein! Nein! Na! Ja! Ja! Er hat sich gerettet! Juhu! Er hat sich gerettet, Freunde! Der beste Pilot aller Zeiten! Oh mein Gott! War hier eine richtige Razzia? Ist ja hier am Start, Leute! Die mal einfach irgendwie so ein Viertel hochgenommen haben! Die Polizei! Oh! Es explodiert alles! Es explodiert! Fahr weg! Fahr schnell weg! Ey! 3 FPS! Alter! Fahr schnell weg! Warum explodiert hier alles? Was ist das? Leute, was ist das? Warum explodiert das? Alles explodiert! Was passiert? Oh mein Gott! Was geht hier ab? Ey! Fahr! Er hat überlebt! Er hat einfach überlebt! Lol! Okay! Was macht der jetzt hier? Und Boost! Oh! Noch nicht Boost! Und jetzt Boost! Tchuuu! Nein! Er hat nicht Ohmut! Okay! Okay! Kann man machen! PC-Pilot-Kurz hier am Start! Oh! Er rennt nach vorne und auf die Hydra drauf! Bitte was? Geile Musik am Start, Leute! Oh! Hä? Was war das denn gerade? War das so ein Light? Warum hat er Militäraufeld an? Wie geht das? Und in den Pool! In den Pool! In den Pool! Das ist zu verrückt! Ohne Spaß, Leute! Das ist einfach zu wild! Und was passiert jetzt? Schießt er jetzt irgendwen ab? Nein! Er parkt! Er parkt perfekt! Wie eine Eins! Und Boost! Flieg! Los! Flieg so weit wie du kannst! Nein! Er holt jetzt einen, oder? Und was passiert jetzt? Minus 20.000? Nein! Der Wagen kostet 20.000! Nein! Booste schnell! Booste schnell! Oh mein Gott! Alter! Hat er Glück gehabt! Nein! 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 Booste! Booste! Was? Der hat ja mal so Glück gehabt! Der hat sich einfach gerade 20.000 zweimal erspart! Einfach zweimal, Leute! Oh! Oh! Das ist eine Flair! Was? Hä? Nein! Keine Ahnung, was gerade passiert ist! Hier! PC Pilot Crew schon wieder! Oder PC Pilots Crew, besser gesagt! Und jetzt machen die hier wieder rückwärts fliegen! In Tandem! Beide rückwärts jetzt hoch? Hä? Und an die Lampe dran! Oh mein Gott! Okay! Der Titan fliegt rückwärts! Der Titan fliegt rückwärts! Hä? Kopf über? Hä? Was? Ohioioi! Kann er es schaffen! Auf dem Avenger oder so zu landen! Dafür muss er aber hoch! Oh! Und Frontflip oder so! Und ja! Schafft er es, Leute! Schafft er es, drauf zu landen! Ohne dass er auch noch kaputt geht! Auf dem Avenger oder irgendwie so wie das heißt! Ja und er schafft es! Er schafft es einfach! Holy Moly! Oh! Er hat nur 20 Sekunden Zeit! 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Oh! Okay! Alles klar! Okay! Oh! Perfekte Punktlandung hier! Rückwärts fahren und dann direkt mit dem Jetski weiter! So muss es auf jeden Fall sein! Ey! Er poliz... Alter! Der Polizist! Er haut ihn einfach... Oh! Er schießt! Oh! Er hat ihn... Oh! Er hat ihn einfach auf dem Boden... Eine geballert! Hahaha! Holy Moly, Mann! wie hoch der fliegt glück gehabt man dass du oder geflogen wirst das war das beste was die hätte passieren können jetzt hier mit dem wagen fliegt der mega weit auf dem steg auf dem steg gelandet und kenne ich den kenne ich schon alles zack und das kurz geld abheben leute und fuffi abholen hier zack ab damit den döner holen muss er ja als ich alle geholt was ist das denn jetzt oh mein gott oh mein gott der teilen kommt der teilen kommen oha alter der deutsche wie sieht das aus oha man geht ja massen macht glaube ich einfach am meisten spaß mal alle springen sie runter und bussen die rakete direkt neben ihm ja auf dem cargo plane läuft er einfach rum als wäre das hat irgendwie so ein karussell oder so wie hoch ist das cargo plane das ist und es ist ja wohl gerade sagen stört dabei locker ab es ist auch okay und jetzt alle beim hoch springen und fliegen hier oh mein gott haha wie mega cool das einfach aussieht mein gott hatte ich ja wie viele fallschirme was passiert da man wie lange hat das gedauert ja wie das aussieht man alle fliegen sie die luft ein nach dem anderen guck mal wie das aussieht ey zu geil und bam ein titan gegen die wand und der zweite titan gegen die wand und der dritte und der vierte da kommen noch so viele freunde das sollte auf jeden fall von episode gewesen sein wenn es dir gefallen hat auf jeden fall auf den like button auf den abo button und schick also dieses mal videos dir aus einfach drauf klicken und abonniere diesen kanal für tägliche gta folgen und viel mehr bis zum nächsten video